Hallo Kinder, hier kommt mein Quitzwitz der Woche. Und ich mache mit. Genau, also gut aufgepasst. Die Frage lautet, meckern Ziegen, weil sie Hunger haben oder weil sie keinen Bock haben? Hä? Das ist aber eine schwierige Frage. Ziegen meckern immer. Nicht immer, das stimmt nicht. Na, wenn sie Hunger haben, meckern sie und wenn sie keinen Bock zu irgendwas haben, dann meckern sie auch. Richtig, also wie lautet die Antwort? Oh, verstehe. Die Antwort heizt bei beidem Ja. Richtig, sehr gut. Na, habt ihr das auch gewusst? Das war diesmal ein bisschen schwieriger als sonst. Hm, stimmt. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Hm, weißt du noch ein Quiz? Nächste Woche. Jetzt brauche ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und dann kommt das nächste Quiz. Hm, also schaltet wieder ein. Tschüss. Musik